Aber ich spiele auch so gerne. Ich bin jetzt überhaupt niemand, der total streng, steif oder sonst was ist. Und ich habe einen Partner, der hat das auch. Der hat einen sehr großen Spieltrieb und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, weil das Leben ist schon ernst genug. Wie viel man sich so verbietet an Spaß, an kleinem, kostenlosem Spaß, bloß weil man denkt, ich darf das nicht mehr, weil ich erwachsen bin. Also hört niemals auf zu spielen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch fürs Hirn und steht vor allem dazu. Und es gibt kein Gesetz, was beschreibt, dass Erwachsene nicht mehr spielen dürfen. Und auch eines dieser Spielarten ist natürlich Sex. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Paula Lambert, die als Deutschlands bekannteste Sex-Expertin und Beziehungsberaterin gilt. Mit ihren Büchern, Kolumnen und Podcasts hat sich Paula über die Jahre eine ebenso große wie treue Fangemeinde aufgebaut. Jetzt ist Paula, die eigentlich Susanne Frömel heißt, in Bühlen-Ceylands Wissens-Comedy-Show BubbleNet als Expertin zum Thema Fetisch zu sehen. Zudem wird sie ab dem 15. September mit der Show Sex Education die lustigste Gruppentherapie der Welt durch Deutschland touren. Wir sprechen über offene Beziehungen, Dreiersex, Selbstakzeptanz, besonders ungewöhnliche Sexfetische und wir versuchen zu klären, wie offen oder verklemmt die Gesellschaft heute ist, warum Frauen anders Sex haben als Männer und ob wir Menschen wirklich für die Monogamie gemacht sind. Paula verrät, wie sie die bislang tiefste Krise ihres Lebens bewältigt hat, warum bei ihr in der Familie fast nur noch Englisch gesprochen wird, wieso eine Psychotherapie für sie eines der größten Geschenke ist, das wir uns selbst machen können und warum sie trotz ihrer kommunikativ-quirligen Art eigentlich eher eine introvertierte Frau ist. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Paula Lambert. Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel. Liebe Paula, herzlich willkommen in meinem Podcast und herzlich willkommen im Loren und Ipsen Weinladen in Berlin. Du warst ganz erstaunt, dass es kein Medienunternehmen ist, sondern ein Weinladen. Was sagst du nun? Danke für die Einladung, Alex. Ich finde das einen ganz tollen Weinladen, ehrlich gesagt. Davon abgesehen, dass ich Wein auch sehr mag. Ich hatte, da guck mal, siehst du mal, wenn man recherchiert, ich hatte einen Facebook-Eintrag von dir im Netz gefunden, wo du 2019 geschrieben hattest. Liebe Leute, ich habe jetzt erstmal alkoholfreie Zeit und hatte so viel Gin Tonic irgendwie genossen die Jahre und jetzt mache ich erstmal total ohne Alkohol. Aber das hat sich schon wieder verändert. Das hat sich dann wieder geändert. Ja, aber ich trinke jetzt eigentlich nur noch am Wochenende. Dann aber viel. Nein, Quatsch. So ein, zwei Gläschen. Du, es ist ja jetzt hier mittags und ich dachte mir, dann trinken wir jetzt einen alkoholfreien Champagner und zwar einen Manufaktur Jörg Giger. Heißt der, 1797. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der von 1797 ist. Wir proben mal, wie der schmeckt. Zum Wohl, liebe Kona. Zum Wohl. Riecht birnig. Schmeckt wie eine leckere Limonade, finde ich, ne? Wie eine Limonade, die man ein bisschen lange vielleicht in der Sonne gelassen hat. Das hast du sehr charmant umschrieben. Nächstes Mal gibt es dann doch was mit Alkohol. Aber es hat halt so, wie heißt das? C. Bratbirne. Bratbirne, ja, das ist so, ich finde das kann man zum Dessert, wenn es ein fruchtiges Dessert ist, dann schmeckt das glaube ich ganz gut. Man macht das so als Ergänzung von, man mischt es, man mischt es mehr. Ne, ich finde es gar nicht, also der saure Abgang, der, also aber so essigartig. Ich finde es ja sehr interessant, aber man muss es mögen, dass es frisch säuerlich schmeckt, muss ich sagen. Ich probiere es auch nochmal. Es ist ein bisschen wie so ein Apfelwein, das mag ich eigentlich auch nicht besonders. Ich kann verstehen, das ist sehr polarisiert. Also es ist ein echter Champagner-Vernetta. Ich würde es auftrinken, so ist es nicht, aber ich würde es jetzt nicht zwangsläufig kaufen. Und viele andere von den Flaschen, die hier stehen, schon. Paula, du giltst seit, ich glaube inzwischen weit mehr als 10 oder 15 Jahren als die Sex-Expertin Deutschlands. Ich glaube, du lachst innerlich drüber, freust dich einerseits, andererseits ist es natürlich auch mal eine Bürde, wenn man mit so Titeln benannt wird. Aber du bist seit vielen, vielen Jahren da wirklich eine Koryphäe und du bist auch eine sehr erfolgreiche Podcasterin. Du hast gleich zwei Formate und zwar deinen eigenen Paula Liebenlern und gemeinsam mit Sophia Thiel die vier Brüste für ein Halleluja. Ich habe mich gefragt, wenn du so viel über Sex sprichst und so viel über dieses Thema inzwischen auch gelernt hast und dich weiterentwickelt hast, ist das manchmal ein bisschen schwer, dich da noch zu begeistern oder dich irgendwie zu überraschen? Das ist, glaube ich, das bessere Wort, dich zu überraschen. Weil du hast ja, glaube ich, alle Welten schon mal beschnuppert. Ich glaube, es gibt unglaubliche Tiefen, unglaubliche Vielfalt, aber es gibt, glaube ich, nichts, was du nicht kennst. Also, beschnuppert ist das richtige Wort. Ich habe Dinge erlebt und auch angefasst, die fern meines persönlichen Erlebens sind, sagen wir es mal so. Also, ich habe neulich noch was gehört, davon hatte ich noch nie gehört und jetzt habe ich es vergessen, was es war. Hm, jedenfalls, also es gibt immer noch so Kleinigkeiten, wo ich verblüfft bin, dass Menschen daran Gefallen finden. Aber es, also schocken tut es mich nicht, weil ich weiß ja, dass jeder Jeck anders ist. Und ich habe ja auch mit dem lieben Bülent Ceylan neulich eine Sendung gemacht zum Thema Fetische. Genau, die heißt Bubble Net, ne? Da spreche ich später noch ein bisschen mit dir drüber. Genau. Und ich finde, man kann sich mit dem Thema Sex ja auseinandersetzen, ohne alles selber machen zu müssen, was die anderen machen. Also, Sex ist meiner Erfahrung nach inzwischen auch eher, wenn du so ein, ist jetzt vielleicht kein passendes Bild, aber es kam mir jetzt in den Kopf, wenn du so ein Pickel hast. Das, was oben rausguckt, das ist Sex. Das, was unten drinnen noch ist und so überraschend rauskommt und die Grundlagen für das, was oben ist, das sind, ist das persönliche, also die persönliche Erfahrungswelt, die Persönlichkeit, das Beziehungsverhalten und, und, und. Also, Sex ist wirklich nur das, was man so am lautesten sieht, hört in dem Fall und interessant und jedes Mal neu ist, warum die Leute sich für eine bestimmte Richtung entschieden haben und darum wird es auch nicht langweilig, weil die Leute, die besagten Sex haben oder eben auch die Beziehung führen, ja immer andere sind, andere Konstellationen haben. Und es ist ja auch unglaublich viel Psychologie da mit reinfließt in das Thema. Es ist ja natürlich, soll man Sex auch nicht überkomplizieren. Ich finde Sex ist vor allem geil, es ist Spaß, es ist was Wunderbares, es ist das Verschmelzen mit einem anderen Menschen, aber es hat natürlich auch manchmal psychologische Hintergründe, gerade wenn es um Vorlieben geht, gerade wenn es darum geht, was einen geil macht, was einen nicht geil macht. Ich glaube, das spielt ja alles zusammen. Oder auch, warum man sich für bestimmte Menschen entscheidet. Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie man sich selbst sieht, was man glaubt, was man für Beziehungen braucht, was man glaubt, welche Beziehungen einem würdig sind oder auch nicht und so weiter. Nun gibt es tolle Menschen wie du, dank denen würde ich jetzt mal einfach behaupten, es ist heute viel leichter über Sex zu sprechen, aber was ist deine Erfahrung? Ist da immer noch ganz schön viel Verklemmtheit und Schamhaftigkeit oder sind wir auf einem guten Weg, dass wir uns endlich noch weiter locker machen, was das Thema angeht? Ja, es ist so ein bisschen komplex. Es kommt nämlich auf die Generation an, die man fragt. Und mein Eindruck ist, dass die Generation, also Gen Z, Gen Alpha, dass die wieder so zurückrudern aus dieser, die wir, ich weiß nicht, was du für ein Jahrgang bist, aber wahrscheinlich so ähnlich. Wir sind ungefähr ein Jahrgang. Genau, also wir haben ja die 90er mitgemacht, das war die absolute Zügellosigkeit, die 2000er Konsum, nichts stellt sich uns in den Weg und das entwickelt sich wieder ein bisschen zurück. In Berlin ist das natürlich was anderes oder vielleicht in Hamburg auch, in allen Großstädten, dass da so eine Zügellosigkeit in der Clubszene ist. Vor allem in Berlin, Hamburg ist da ein bisschen spießiger, muss ich sagen. Also Berlin ist einfach der Leuchtturm. Köln geht es, glaube ich, auch noch ein bisschen raunchier zu, aber Hamburg ist eher etwas zurückhaltend. Die Norddeutschen wieder, ne? Oh, jetzt haue ich hier schon das ganze Inventar fast um. Alles Gute. Die sozialen Medien und die Dating-Apps haben das natürlich nochmal erschwert, weil jetzt noch so eine Wisch-und-weck-Kultur on top kommt, die einem so das Gefühl vorspielt, naja, mit dem Nächsten wird es einfacher. Das Grundproblem bleibt natürlich das gleiche. Ich nehme mich in jede Beziehung mit und wenn ich nicht an mir arbeite, kann der Herrgott selbst kommen und es wird sich nichts ändern. Das stimmt. Und das müssen die Leute verstehen und gleichzeitig auch verstehen, dass genau dieses Element, wer bin ich, warum bin ich so verletzlich, wie zeige ich meine Verletzlichkeit, dass das endlich gesellschaftsfähig gemacht werden muss, vor allem auch für Männer. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, dass die Kerls immer noch viel mehr Sorry und Stock im Arsch haben und sich schwerer tun, über solche Themen zu sprechen. Genau. Und erst dann wird es wirklich zu einer gesellschaftlichen Weiterentwicklung kommen. Ich glaube auch, dass ganz, ganz viel, was jetzt an dieser politischen, an diesem Wutbürgertum stattfindet, auch damit zu tun hat, dass die Leute nicht lernen, sich adäquat auszudrücken auf einer emotionalen Ebene. Und dieses, ich fühle mich abgehängt, ich fühle mich ja im Grunde vernachlässigt, das sind ja ganz tief sitzende Gefühle, dass das nicht ausgesprochen werden kann. Das äußert sich dann in so einem blinden, ungezügelten Hass und das ist, wie wir alle sehen, richtig scheiße. Das ist richtig scheiße und die Leute sollten viel mehr Sex haben, aber das ist halt so ein frommer Wunsch. Es ist tricky und je mehr, ich glaube auch, je mehr wir drüber sprechen, ist manchmal auch die Gefahr, dass dann Leute sich vielleicht auch innerlich verkrampfen. Also damit will ich das gar nicht konterkarieren. Ich finde es super, was du machst, aber ich glaube, einige sind vielleicht auch dann wieder eingeschüchtert, weil sie sagen, oh, das ist ja alles so komplex und Gott, oh Gott, und bin ich denn jetzt überhaupt so, wie ich sein sollte? Weil es ist ja so eine Erwartungshaltung immer noch auch da. Also das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem, dass wir uns alle so mega aufladen mit Erwartungshaltung an uns selbst, aber auch an den Partner. Ich würde aber sagen, Sex allein hilft nicht. Also du kannst so viel Sex haben, wie du willst. Wenn du das nicht integrierst in deine echte Persönlichkeit, hilft dir das gar nichts. Du weißt vielleicht aus deiner eigenen Jugend oder den frühen 30ern oder weiß nicht, wie du dich so entwickelt hast, dass man häufig auch Sex aus völlig falschen Gründen hat. Zum Beispiel, weil man irgendwie Sex und Liebe verwechselt oder Sex und Zuneigung oder nicht genau versteht, dass man Anerkennung möchte und das dann quasi durch eine sexuelle Währung sich erkauft und darum Sex allein bringt euch nicht weiter. Nee, das hast du völlig recht. Also nur jetzt mehr Vögeln ist vielleicht der falsche Appell gewesen, aber es ist das große Ganze und ich glaube, Emotionen zu lassen, sich durchlässiger machen, einfach mal in sich reinhorchen, das sind ja alles Sachen, die dazugehören. Du hattest die Gen Z erwähnt. Würdest du demnach das bestätigen, dass da sich latent eine neue Prüderie ankündigt oder wäre das jetzt wieder zu übertrieben? Weil das habe ich auch schon gelesen, das ist jetzt wieder so back to the 50s, man will jetzt irgendwie warten mit dem Sex bis vor der Ehe und so komische Geschichten. Ist das eher Nischendenken oder merkst du das schon, auch wenn du mit jüngeren Leuten sprichst, dass die sich da tatsächlich mehr zum Konservatismus wieder zurückentwickeln? Ja, also das ist natürlich total generalisiert, weil ich auch hier in der Großstadt-Bubble lebe. Aber hier gibt es entweder die relativ entgrenzt sind oder aber die, die tatsächlich anders sind, als wir damals waren, wo auch nicht einfach so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe auch in meinen Teenagern einfach mal so gefögelt, ohne dass es irgendwas bedeuten musste. Und das ist bei denen vielleicht auch so, aber die machen es nicht so oft, weil die in der Tat verunsichert sind, ist so mein Gefühl und dieser schier unendlichen Auswahl einem, ich will mich gar nicht entscheiden entgegensetzen. Ich habe drei Teenager zu Hause, zwei davon sind extrem konservativ und einer davon ist extrem körperlich unterwegs. Und alle drei haben aber eigentlich, glaube ich, so eine sehr ähnliche Weltsicht, nämlich dass alles viel zu viel ist. Die haben bloß andere Wege, damit umzugehen. Ja, du hast gefragt, wie es bei mir war. Also ich war ein absoluter Spätzünder, was daran lag, dass ich mit meiner Homosexualität nicht klar gekommen bin. Also ich habe das lange, also ich wusste es eigentlich immer schon, auch schon als Kind, wenn ich da mal so mich hineinhorche, aber ich habe das erste mit Mitte 20 ausgelebt. Und da komme ich aber auch noch mit dir zu. Ich finde es spannend, was für Unterschiede das nach meiner Erfahrung gibt zwischen schwulem Sex, lesbischem Sex, aber auch heterosexuellen Begegnungen generell, aber auch wie Männer und Frauen ticken. Also die Gay-Sex-Szene ist schon auch noch mal eine andere Nummer. Und da geht es eben tatsächlich auch viele offene Beziehungen. Ich habe auch eine offene Beziehung. Da geht es dann einfach nur um auch die Bestätigung, einfach nur den Sex des Sexes wegen und nicht, wenn man irgendwie mehr sucht. Also das ist so das, was ich dir schon mal mitgeben kann. Aber verklemmt und schamhaft, sagst du, ist diffizil. Ist es denn so, dass die Leute heute sich vielleicht, das hatte ich ja eben schon mal angesprochen, dass sie sich manchmal auch überfordert fühlen mit den vielen Möglichkeiten? Also A, dass eben wahnsinnig viel über Sex heute auch gesprochen, geschrieben wird. Es gibt tolle Dokus, es gibt Serien über das Thema und dann gibt es dieses wahnsinnige Dating-Apps-Angebot. Das ist manchmal alles too much, sondern dass das viele Leute eher so überfordert und sich dann eher zurückziehen und da irgendwie gar nicht mit klarkommen mit dem Overkill. Also alle Menschen wollen ja das Gleiche, nämlich jemanden haben, der sie meint. Das ist völlig frei von jeder Art der Sexualität. Und in der Tat haben all meine homosexuellen Freunde immer monogame Langzeitbeziehungen. Das ist in Berlin auch ein bisschen schräg. Das ist sehr, ja. Atypisch. Oder sie sind Single. Die Single-Jungs haben aber teilweise auch große, also Sex unendlich, ja, liegt vielleicht auch am Testosteron, könnte ich mir vorstellen. Weil die Art, wie Männer Sex haben, sich doch deutlich unterscheidet von der Art, wie Frauen Sex haben. Und es muss an den Hormonen liegen, weil das ist nicht nur gesellschaftlich. Und darum weiß ich aber von beiden Seiten, dass eigentlich der Wunsch genau der gleiche ist wie bei allen. Nämlich wir wollen jemanden haben, der sagt, du Alex, bist es für mich. Ich will alles, das Leben mit dir bauen. Und das ist, glaube ich, bei jedem so. Manche gucken da genauer hin, andere nicht. Manche können es auch gar nicht annehmen, weil sie selber nicht glauben, dass sie liebenswert sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich glaube, dass diese Unendlichkeit der Möglichkeiten dem Mensch gar nicht so gut tut. Also es wäre besser, wenn man sich, glaube ich, in so kleinen Verbänden belegen würde. Das würde der menschlichen Psyche einfach besser tun, ja. Gruppen, wo man sich frei entwickeln kann, wo man aber trotzdem so eine Sicherheit hat. Wie so eine Dorfgemeinschaft ohne Idioten. Das wäre perfekt. Aber nun hast du gesagt, es ist Fakt. Die weibliche Sexualität unterscheidet sich definitiv von der männlichen. Was sind da für dich die größten Unterschiede? Allein darüber könnte man jetzt eine eigene Folge machen, aber so vielleicht kannst du es versuchen. Eben und es gibt ja dieses gemeine Hormon, Oxytocin, das Bindungshormon. Und man weiß aus Studien, dass bei Frauen, die häufiger mit demselben Mann Sex haben oder derselben Frau, wobei das nochmal ein bisschen separat zu betrachten ist. Jetzt mal bei Heterobeziehungen, die entwickeln so eine Art trügerisches Gefühl der Zusammengehörigkeit. Da muss man ein bisschen dahinter gucken, ob man wirklich den Typen meint oder ob es nur die Hormone sind. Und das sorgt dafür, dass Frauen viel kompliziertere Sexualität haben als Männer. Männer können einfach hingehen und sagen, hast du Bock? Sagt der andere, jo, fertig, zack, das war's. Also wie eine einfache Triebbevölkerung. Quick and dirty. Manchmal auch long and dirty. Ja, wie auch immer. Haupt and dirty. Und bei Frauen ist es leider durch die Scheißhormone so ein bisschen anders. Man kann das natürlich machen, ja, auch Frauen können prima rumvögeln, aber es ist so ein bisschen komplizierter. Und wie war die Frage nochmal? Ob es nicht einfach diese Überforderung gibt, dass Leute sagen, es ist schwerer für mich, mich auf andere Leute einzulassen, wenn ich ständig das Gefühl habe, Sex ist überall verfügbar. Und also allein in der Großstadt, wenn du dann irgendwie so ein Tinder aufmachst oder bei einer Gaze ist es Grinder, du hast so diese, manchmal Überangebot, bist dadurch aber auch eingeschüchtert, weil du sagst, oh, bin ich eigentlich gut genug dafür, jetzt schnell mal eben Sexpartner zu suchen. Genau, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Mein Gott, manchmal. Übrigens muss ich sagen, hier die Bratbirne. Also doch jetzt. It grows on you. Dann noch ein Encore, die schenke ich dir nochmal ein bisschen was nach. Ja, wenn man da so ein bisschen sich an dieses Saure gewöhnt hat, schmeckt es wie kalt gewordener Apfelglühwein. Ich finde nämlich auch, das hat sowas sehr Refreshendes. Ja. Sehr schön. So, also, dieses Überangebot sorgt natürlich dafür, dass du auf, also jetzt von Hetero-Beziehungen gesprochen, als Frau auf Männer triffst, die genau das befriedigen können auf dem Markt, was männliche Sexualität so praktisch macht, nämlich Triebabfuhr. Männer haben inzwischen, generalisiert, ja. Klar, immer alles generalisiert, ne. Völlig Klischee überhäuft, ja. Gausschen Normalverteilung, da reden wir jetzt von. Männer haben inzwischen spitz gekriegt, dass sie das haben können, was sie wollen. Also die Homomänner haben das Problem nicht so sehr. Die Hetero-Männer schon eher, die müssen sich mit Frauen auseinandersetzen. Die haben aber jetzt gemerkt, dieses Unverbindliche, wie gesagt, nicht jeder will das natürlich, ne, aber die, die es wollen, bevor wieder alle rumschreien, die können, wenn sie auf Dating-Plattformen gehen, genau das bekommen, nämlich schnellen Sex und dann einfach, ja, so, ohne sich den Stress antun zu müssen, sich wirklich mit jemandem auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich das, was das Menschsein ja auch so komplex macht, dass du mit jemandem nicht nur rummachst, sondern dann auch noch den kennenlernst, den halten musst, die Sorgen anhörst und so weiter. Darauf haben viele Leute einfach, weil es ja auch so anstrengend ist, ist doch logisch, kein Bock mehr. Und das führt zu einer ganz, ganz großen Erlebnis-Diskrepanz. Während die Männer, glaube ich, die Dating-Plattformen größtenteils ganz okay finden, sind die Frauen unglaublich frustriert. Gleichzeitig haben die homosexuellen Männer ein ähnliches Problem, die kriegen zwar Sex, aber die, die nicht nur Sex wollen, sind mit dem genau gleichen Thema konfrontiert. Sie finden keine Bindung mehr, weil niemand mehr Lust hat, sich mit den schlechten Eigenschaften des anderen auseinanderzusetzen und die vor allem auch auszuhalten. Und es macht es vielleicht einfacher, wenn ich es hier nochmal in aller Deutlichkeit sage, wir sind alle Idioten, lebt damit. Das finde ich ein schönes Mittagswort hier. Jeder hat schlechte Eigenschaften. Das ist so, ja. Ich bin irre nervig zum Beispiel, weil ich ein totales Chaos verbreite immer. Aber ich kann nicht anders. Ich habe volle Pulle ADHS. Ich bin eine kreative Struktur, gibt es bei mir leider nicht. Darum ist mein Sohn jetzt auch leider sitzen geblieben, weil ich das gar nicht vorleben kann. Ich war einfach in der Schule irre fleißig und ein Mädchen, das hat mir geholfen. Also ich war einfach zielstrebig, aber das ist beschissen für meinen Partner, der das genaue Gegenteil ist. Du, also Prince Charming oder irgendwie die perfekte Prinzessin, das glaube ich, sind wir uns im Klaren. Das gibt es nicht und wird es auch nie geben und jeder hat sein Kreuz zu tragen und da müssen wir alle mit leben. Aber auch das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit schwerer für Leute zu schlucken, diese Pille. Paolo, du hast es schon anmoderiert, ab dem 27. Juni, ab 18 Uhr wurde mir nochmal von der Agentur geflüstert, bist du in der ARD Mediathek zu sehen, in der Folge von der Wissenshow Bubble Net mit Büland Ceylan. Und da geht es natürlich, einerseits ist es Comedy, aber es ist auch das Thema Fetisch dort im Fokus. Kannst du kurz zusammenfassen, ob das überhaupt eine Chance gab, in diesem doch sehr strengen Korsett von 30 Minuten da so ein bisschen was auch Interessantes rüberzubringen? Oder war es eher so Comedy mit so ein paar Stichwörtern, was natürlich auch super entertaining sein kann, bitte verstehe mich nicht falsch. Aber ich glaube, das ist ja ein sehr spannendes Thema, unendlich dankbar. Und das ist, glaube ich, schwierig, dass es nicht zu klamottig wird, so mit Fetischen und dann Klischee hochziehen. Genau das war auch meine Sorge, weil das ist natürlich leicht, das super klamottig zu machen. Ich habe es nur von hinten mitgekriegt oder wenn ich auf der Bühne war und ich fand, dass der Spagat erstaunlich gut gelungen ist, ohne die Leute auf den Arm zu nehmen, die sich dort ganz mutig präsentiert haben. Und im Publikum war jetzt auch nicht das Berliner Großstadtpublikum, sondern eher über 50. Entschuldigung, es war nicht das Berliner Großstadtpublikum. Nee, nee, war nicht. Oh my God. Ja, nee, nee, aber die waren auch alle ganz sportlich. Ich glaube, die haben auch gesehen, und das ist ja immer wichtig, dass manche Leute vielleicht ein bisschen schrullig dann sind für das bürgerliche Erleben, aber dass sie auch ganz normale, liebenswerte Leute sind. Und das ist ja das Wichtigste bei so einer Sendung. Und er hat das gut gemacht, finde ich. Also es ist auf jeden Fall interessant gewesen, auch für mich, wie er da so durchnavigiert ist, weil seine Witze ja doch häufig, also jetzt so ein bisschen direkt sind. So in your face. Genau, aber ich fand es gut. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Aber im Vorfeld wird das ja schon auch mit dir besprochen. Es gibt ja Fetische, die dann schon auch sehr X-Rated sind, wo es dann schon sehr heftig wird, was ich persönlich spannend finde. Aber das ist ja von vornherein dann, glaube ich, klar gewesen, dass sowas eben nicht kommen kann. Oder ich will jetzt auch nicht, dass du zu viel Spoiler hast, aber es gibt ja bei Fetischen schon auch Sachen, wo du erst mal selbst als Berliner sagst, oh, wow, das ist schon speziell. Als ich das erste Mal begriffen habe, dass Leute sich wirklich gerne ins Gesicht kacken oder kacken lassen, da war ich schon angefasst, muss ich zugeben. Weil ich bin da so naiv durch so einen BDSM-Club gelatscht und habe gesagt, ach, guck mal, eine Plexiglas-Toilette, hä, warum ist denn da unten so eine Luke drin? Und da sagt die, naja, da setzt sich einer drauf und einer legt es drunter und kannst du da ins Gesicht pinkeln oder kacken, je nachdem. Und ich so, oh, wow, sowas kann man natürlich nicht zeigen. Ja, aber, und das kann ich spoilern, weil das, glaube ich, also es passiert direkt am Anfang der Sendung, es gibt da einen jungen Mann, der sich gerne in so ein Latex, also komplett Bett einschweißen lässt oder einen vakuumieren. Und das ist was, also ich bin gar nicht gerne in so engen Dingen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so ein Kleid auszieht oder irgendwas, was zu eng ist. Und dann so diesen Moment der Panik. Wenn ich mal irgendwie meinte, ich müsste beim Pride irgendwie mir mein Super XS-T-Shirt anziehen und das dann nicht mehr raus. Das geht nicht aus, weil du schwitzt oder irgendwas. Kannst du es bitte mal rausschneiden? Ja, genau. Und dieses Gefühl ist bei mir beim Beobachten gekommen, was für ihn natürlich gleichzeitig der totale Kink ist, weil, wenn du so eingeschweißt bist, also er sah wirklich aus wie Han Solo in. Also es wird dann, also man wird dann auch so mit Vakuum, also er wird dann so richtig reingezogen. Genau, genau. Ihr kennt doch alle, wie heißt denn jetzt das Material? Nicht Kryptonit, das ist Superman, aber es ist auch. Ich weiß, was du meinst. Wie er da so von Jabba the Hutt, glaube ich so. Ja, ja, genau, in das Empire Strikes Back, wo er da so Schock gefroren wird. Genau so sah es aus. Und man sah halt, wie sein Brustkorb sich hob und senkte, aber auch ein bisschen mit Mühe, weil die Luftzufuhr sehr beschränkt war. Aber du fühlst dich natürlich ultimativ im ganzen Körper. Das hast du sonst nicht. Also, dass du jede Zelle zumindest außen quasi spürst und wahrscheinlich auch innen. Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade für Leute, die so schwer mit sich in Kontakt kommen, eine coole Erfahrung sein kann. Und dann gab es noch andere Fetische. Ein ganz, ganz süßer. Guckt es euch einfach an. Genau. Also ab dem 27. ab 18 Uhr in der ARD Mediathek dann lange zu sehen. Sex ist zweifellos eine wichtige Säule in einer Beziehung, wenn man sich kennt. Ich glaube, es ist ganz schwer, überhaupt sich in jemanden zu verlieben, wobei das auch noch eine spätere Frage ist. Manchmal gibt es das. Wenn der Sex nicht funktioniert, ist es schon mal eigentlich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dann ist das ein Problem. Aber ist es für dich auch eine der wichtigsten Säulen oder muss man da sehr aufpassen und vorsichtig sein? Weil ich finde gerade das Thema so Langzeitbeziehungen, da kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung später nochmal was zu erzählen. Es ist einfach Fakt der Sex. Wenn du 20, 30 Jahre zusammen bist, das nutzt sich ab. Und wenn dann die Säule Sex die wichtigste ist, hast du ein Problem. Wie siehst du das? Das Problem hast du auch nach einem Jahr schon. Also, bist du mit deinem Mann 20 Jahre zusammen? Ich bin 30 Jahre mit meinem Mann zusammen. Also, von irgendwie Kindergarten an ein kleiner Scherz. Aber es ist jetzt gerade dieses Jahr 30 Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Aber das ist eben auch ein spannendes Thema, auf das ich noch später komme. Das ist schön, wie du immer sagst, aber red jetzt nicht darüber. Bloß mit anderen Worten. Doch, ich will noch nicht zu viel von denen. Ich habe ja so ein bisschen so meinen Fragenkatalog. Und ich weiß halt nicht, nein, ich will jetzt nicht sagen, hier einfach nur in der Struktur. Wir schnattern jetzt einfach mal drauf los. Genau. Aber ist das die wichtigste Säule für dich? Nee. Oder eine der wichtigsten? Also, nee, das wäre natürlich, wie du sagst, in der Tat problematisch, weil Sex oder erotische Anziehung braucht ein gewisses Spannungsverhältnis. Und da muss sich Anziehung und Distanz die Waage halten. So, das kriegt man aber nicht immer hin, wenn man zum Beispiel hat, zieht ihr gemeinsam Kinder auf? Nein, das hat von mir nicht. Okay. Wenn man Kinder hat, ist es nochmal schwieriger, weil man dann so eine Funktionalität abrutscht häufig. Aber selbst ohne ist es halt kompliziert. Und wenn du Sex zur Grundlage deiner Beziehung machst, dann hast du ein richtiges Problem. Also nicht nur mit dir selbst, weil du offensichtlich kein Gefühl dafür hast, was du brauchst, sondern auch mit einer echt dünn angerührten Beziehung zu tun hast. Die wichtigste Grundlage muss immer sein, dass man die gleichen Werte teilt. Ja, absolut. Dass man miteinander lachen kann, dass man einen loyalen Menschen hat und zwar bis aufs Blut. Ob der sich da rein entwickelt noch, weil er noch mit so Verletzungen zu tun hat, das kann man alles machen, aber er muss offen damit sein. Und dann muss das Körperliche funktionieren. Du kannst nicht mit jemandem, also kannst du auch, du kannst mit jemandem zusammen sein. Entschuldige, der ist immer so hinter dich. Nee, alles gut, du bist, du guckst gerade. Also nachher gehst du noch ein bisschen shoppen, habe ich schon das Gefühl. Nee, 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 ich kann bloß, ich kann mich schwer fokussieren, wenn der Hintergrund so wuschig ist. Darum gucke ich mal von Flasche zu Flasche und ab und zu zu dir. So, also, das klang ganz komisch. Ich gucke von Flasche zu Flasche und ab und zu zu dir. Ich cutte es dann. Du wirst keine Flasche. Mein Gott. Jedenfalls, also, man kann natürlich mit jemandem zusammen sein, dem man körperlich null anziehend findet, aber eine tiefe Freundschaft empfindet. Dann muss man sich überlegen, wo tue ich mein körperliches Empfinden hin? Lagern wir das aus oder nicht? Wäre für mich zu kompliziert. Ich habe gerne Leute, an denen ich riechen kann, die ich gut riechen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Leute da draußen, das wird immer euer erster Marker sein. Wenn ihr jemanden sexy findet, ihn nicht riechen könnt, lasst die Finger davon. Finde ich super wichtig, weil das ist so die Chemistry und wenn du schon merkst, oh Gott, sieht super nice aus, alles passt, aber dann kommst du dem zu nah und denkst, habe ich auch schon erlebt. Du wahrscheinlich auch schon ein paar Mal. Es ist gleich so red alert, also geht gar nicht. Manchmal ignoriert man es, weil man denkt, der sieht aber toll aus. Tut es nicht. Es bringt gar nichts. Also, wenn ihr jemanden gut riechen könnt, ihn appetitlich findet, der aber zum Beispiel vielleicht noch nicht so viel erlebt hat und das alles so ein bisschen holprig ist, aber lernwillig ist oder bereit ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, do it. Wenn jemand sagt, nö, so habe ich das immer schon gemacht, ist halt so Pech, deine Bedürfnisse interessieren mich schon mal gar nicht, logischerweise lasst die Finger davon. Der Mangel an Sex wird euch irgendwann auf die Füße fallen, nicht wegen des Sexes an sich, sondern wegen der körperlichen Zuwendung und der Connection, die durch gemeinschaftlichen Sex entsteht. Also, ich glaube ganz fest daran, dass man eine Beziehung auf Werten aufbaut, auf Loyalität, auf gut riechen können und auf einem Verständnis dafür, was dem anderen Bock macht und vor allem einem unbedingten Willen, das dem anderen auch zu geben. Dann ist alles gut und ihr werdet durch Krisen gehen und die Krisen werden so tief sein, dass ihr denkt, fuck, was mache ich hier? Aber es lohnt sich, weil ihr euch in jeder Krise weiterentwickelt und die Beziehung wächst und wächst und wächst. Aber ihr müsst immer darauf achten, wird der andere mitziehen oder nicht? Wenn ihr so ein Anti-Alles habt, lasst es, vergesst es. Die Leute müssen bei sich selber aufräumen und spart euch die Zeit. Das ist wirklich Quatsch. Ich habe so viele Frauen, die mir schreiben, ja, aber eigentlich ist alles toll. Aber das, das, das stimmt nicht und außerdem will er auch nicht mitmachen. Ja, in dem Moment steigt jemand aus der Beziehung aus. Lasst es. Weil das ist ein guter Punkt, weil nicht mitmachen ist es ja so, du sagst, selbst nach einem Jahr kann schon irgendwie ein bisschen der Wumms raus sein. Klar, es gibt auch Leute, die harmonieren einfach für Arsch auf einmal und da ist auch noch nach zehn Jahren immer noch ordentlich Action drin und eine wahnsinnige Erotik und eine Geilheit. Aber das ist die Minderheit. Ist eine Ausnahme. Ist eine absolute Ausnahme und das würden sich viele immer gerne einreden, dass es bei ihnen auch noch so ist. Aber dieses Gequatsch, also ich habe immer noch dreimal im Jahr, dreimal in der Woche Sex, dreimal im Jahr kommt ihr hin, dreimal in der Woche Sex. Ich traue diesen Umfragen überhaupt nicht. Also Sex nutzt sich ab, gar keine Frage. Aber hast du bitte? Moment, aber nicht zwangsläufig. Es gibt auch Leute, wenige, bei denen das immer noch funky ist, weil die aber sonst andere Spannungsfelder haben. Also man kann das schon sich erarbeiten. Zum Beispiel, da sind wir wieder beim Thema Kink, indem man einfach neue Sachen ausprobiert. Also das wird es auch raus senden. Es ist einfach wichtig, wenn beide willig sind und da Bock drauf haben, einfach mal experimentieren und eben dann andere Facetten entdecken. Und nicht irgendwie immer nur das Standardprogramm, was irgendwie im ersten Jahr gut gefunst hat. Aber dann merkt man so, jetzt kommen wir hier nicht weiter. Es wird irgendwie so und das dann einfach. Das ist ein ganz wichtiger Satz, Facetten entdecken. Und da geht es nicht darum, fesselt er mich jetzt an den Baum oder was, sondern du entdeckst, während er dich an den Baum fesselt, andere Facetten an ihm. Darum geht es und an dir. Es ist nie der Sex an sich. Es ist das, was daraus resultiert. Und das Zeug schmeckt mir inzwischen richtig gut. Also dann, guck mal. Ich trinke hier die ganze Flasche aus. Alles, alles. Es hat kein Alkohol. Nein, es ist alkoholfrei. Ja. Guck mal, du kriegst jetzt. Das ist richtig gut. Nee, nee, nee. Komm, alles easy. Alles easy. Ich gebe dir den Rest. Ja, gib mir den Rest, Paula. Das wollte ich immer schon mal von dir gesagt bekommen. Aber du sagst, weißt du was? Es ist halt facettenreich, weißt du? Und es gibt ja auch Menschen, die viele gemeinsame Säulen haben und der Sex ist ganz gut. Aber eigentlich passt es vom ersten Moment nicht so. Und dann wird es ja umso schwerer, dass sie vielleicht sich auch sexuell, körperlich nicht so anziehen. Es gibt ja manchmal auch so Paare, da ist das so einfach die perfekte, also Match made in heaven. Und andere, sie nehmen dann diesen Kompromiss hin, weil sie sagen, das ist mein Seelenverwandter, das ist einer, mit dem ich super Werte teile, was du alles gesagt hast. Aber eigentlich, ja, der Sex ist so von einer 1 bis 10, vielleicht eine 5 bis 6. Das ist jetzt kein Drama, aber auch nicht doll. Da wird es ja noch schwieriger. Also was würdest du sagen? Ist es dann noch mehr Arbeit oder Herausforderung? Aber das kann reichen. Also ich glaube, wir sollten uns alle von der Vorstellung verabschieden, dass jeder ein gottgleicher Liebhaber sein muss. Es gibt diese Theorie vom good enough Sex, also Sex, der gut genug ist. Und du baust dein Leben auch nicht an der Stelle, wo der Sturm immer drauf peitscht. Du baust dein Leben dort, wo es einigermaßen windstill ist. Und darum, ich finde das so schwierig, immer zu erwarten, dass man so von den Füßen gewischt wird. Ja, von jedem. Sondern, also da sind auch leider Filme und Bücher dran schuld. So ist das Leben nicht. Wenn ihr euch wohl fühlt danach und währenddessen, ist das schon ziemlich gut, Leute. Nun gibt es gerade auch in schwulen Beziehungsmodellen die Optionen von Dreiern. Ich glaube aber auch, dass heterosexuelle Mutter, der das immer gerne mal ausprobieren, Ist das zu viel Sprengstoff in deinen Augen? Oder ein Dreier ist ja eine Art, auch eine Beziehung lebendig halten zu können, was den Sex angeht. Aber es ist eben auch Sprengstoff, weil es kann immer sein, dass man, also manchmal sind eben drei Einer zu viel. Und dann gibt es doch nachher auch, ich habe mich verknallt in die oder denjenigen. Also was würdest du da so erfahrungsmäßig sagen? Also wenn man total sicher mit sich selbst ist, das ist ganz wichtig. Und weiß, dass man mit einem loyalen Menschen zusammen ist, dürfte es eigentlich in der Theorie kein Problem sein. Wenn für Sex, ja, ausgelagertes körperliches Vergnügen, noch jemand Drittes dazu kommt. Mir persönlich sind Dreier einfach viel zu anstrengend. Ich bin gar kein Fan davon, weil das auch zu viel gefuddelt ist. Dann hätte ich lieber Sex mit einer Gruppe Fremder, ehrlich gesagt, wo ich mich so emotional gar nicht mit beschäftigen muss. Und dass jeder hier gleichmäßig oder wie auch immer zu seinem Recht kommt. Aber ganz wichtig ist natürlich drüber zu reden. Was habe ich für eine Erwartungshaltung? Was wünsche ich mir davon? Was erwartest du? Wovor habe ich Angst? Und wie fühle ich mich dabei? Und so weiter. Und das ist halt das, was die wenigsten Leute üben, ehrlich zu kommunizieren. Zu sagen, das, was du vorhin gesagt, gemacht hast, hat mich total verletzt und ich fühle mich so und so. Und du weißt vielleicht nicht, dass das eine Schwachstelle ist, weil in meiner Kindheit bla bla und so weiter. Also es lohnt sich total, sich selber kennenzulernen. Dann kommst du dir nämlich irre schnell auf die Schliche und weißt auch, was dich anfasst und was nicht. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Appell, liebe Paula. Einfach redet miteinander. Es ist immer so leicht gesaschen, auch so eine Binsenweisheit. Aber viele Paare sprechen einfach viel zu wenig, gerade über diese Themen. Natürlich gibt es auch noch ganz viele andere Pauschstellen. Das hört sich auch wieder so schrecklich an in der Beziehung. Aber Beziehung ist manchmal Arbeit. Redet darüber. Redet darüber, wenn euch wirklich was fehlt, wenn ihr euch schlecht fühlt bei so einem Experiment. Wenn das einfach nicht funktioniert und nicht in sich reinfressen soll, weil das, glaube ich, dann irgendwann um die Ohren fliegt. Früher oder später. Es ist ja ein Irrglaube, dass Beziehungen kaputt gehen, weil irgendeiner irgendeinen Bockmist gemacht hat. Beziehungen gehen kaputt, weil irgendeiner oder beide gar nichts mehr machen. Und miteinander kommunizieren bedeutet nicht, hallo, wie war dein Tag? Ach schön, hast du die Spielmaschine schon ausgeräumt? Ja, habe ich, wollen wir einkaufen gehen? Ja, was kochen wir heute? Aha. Sondern, was beschäftigt dich? Was geht in dir vor? Weißt du, was ich heute erlebt habe und ich fühlte mich XY? Sich selber erkennbar machen, das ist Intimität. Und wenn jemand im Gespräch intim ist, kommt die körperliche Anziehung automatisch dazu. Trust me. Ich habe es für euch ausprobiert. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin 30 Jahre mit meinem Mann zusammen und wir führen seit 29 Jahren eine offene Beziehung. Deswegen musste ich innerlich so lächeln, dass du sagst, dass deine schwulen Freundespaare alle monogam leben. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt 20 Jahre schon machen, weil da würde ich jetzt auch mal ein bisschen gemeinsam sagen, dass dann belügt da irgendjemand. Das kann ich dir nicht, glaube ich nicht. Also die längsten sind jetzt fünf Jahre zusammen. Okay, ja, das kann auch. Die sind noch monogam. Weiß nicht, ob das ewig sind. Die haben sich witzigerweise kennengelernt, als er davor eine offene Beziehung hatte. Kannst du mal sehen. Ja, und das ist eben, damit gibst du auch schon eine Antwort voraus, weil ich natürlich gern von dir wissen würde, wie du das auch als Sexpertin siehst. Zwei offene Beziehungen, finde ich, sind teilweise auch ein Geheimrezept, weil ich bin sicher, ich wäre mit meinem Mann nicht mehr zusammen, wenn wir nicht diese offene Beziehung führen würden. Also das hört sich jetzt vielleicht für einige draußen ein bisschen hart an, aber das ist für mich eines der Geheimnisse, warum wir seit drei Jahrzehnten zusammen sind. Wie sind da deine Erfahrungen mit dem Thema? Ist es eine Möglichkeit oder ist es eigentlich auch da zu viel Minenfeld mäßig und weil eben man sich dann doch verlieben kann jemand anders? Es gibt einen Unterschied zwischen Verknallen und Verlieben. Verknallen ist ganz eindeutig hormongesteuert, das ist dieses kleine Wuhu, das Leben ist wieder da, mal was aufregend ist. Ich spüre mich mal wieder und ich bin da, ich bin lebendig. Meistens, wenn man die Leute dann so kennenlernt, stellt man relativ schnell fest, ja, war wirklich nur Hormon. Aber es kommt drauf an, muss ich da leider sagen. Ich bin da zum Beispiel deutlich lockerer mir selbst gegenüber. Wenn er es machen würde, wäre ich wahrscheinlich auch pinsig. Aber wer weiß, nach Absprache, weil eigentlich ist mir auch zu stressig, er, für ihn ist das absolut ausgeschlossen. Ich weiß aber aus Erfahrung, nicht in dieser Beziehung, sondern aus meinem Leben davor, dass es durchaus mal passieren kann, dass man in einem Moment der Begeisterung da sexuelle Lust entwickelt oder Bock hat, sich mal auszuprobieren. Und das ist gesellschaftlich natürlich noch gar nicht so besonders anerkannt, seien wir ehrlich, weil das Patriarchat so eine Entwicklung gar nicht zugelassen hat. Das ist eine Freiheit, die Männer untereinander viel mehr haben als zum Beispiel Heteropare. Ich finde, also es gibt ja auch Polyamor-Lebenskonzepte. Ich habe wenig total überzeugte Paarungen erlebt, wo, um jetzt wieder zu offenen Beziehungen zurückzukommen, wo das dauerhaft funktioniert hat, weil sich dann am Schluss herausstellte, einer war von der festen Beziehung doch nicht so sehr überzeugt wie der andere. Aber auch das, ich meine, wir entwickeln uns ja dahin, vielleicht führen wir in zehn Jahren, 20 Jahren schon total andere Beziehungen und vielleicht ist das auch alles viel zu viel Stress. Und diese Monogamie, die meine ich jetzt auch nicht so wie Schwäne oder Pinguine, nämlich für immer, wo es übrigens auch ganz viele homosexuelle Paare gibt in der Tierwelt, sondern serielle Monogamie. Also Menschen für Lebensphasen. Wenn jemand so unrund aufgewachsen ist wie ich, ich muss mich total entwickeln in meinen Selbst rein. Also ich wachse noch, das merke ich auch deutlich. Jedes Mal, wenn ich zurückschaue, denke ich, ach Potzblitz, bin gar nicht mehr so idiotisch wie vorher oder kann viel erwachsener darauf reagieren oder was auch immer. Ich glaube, das ist übrigens auch, warum ich noch so relativ jung aussehe, weil ich noch im Wachsen bin. Ja, aber ich wollte es eigentlich dich off the record fragen, aber das bin ich mal ganz, also das ist, weil du siehst wirklich sensationell aus. Also wo ich dich so live von der Farbe vor mir sitzen sehe, wirklich Paula, du gehst als Anfang 30-Jährige, also du hast so ein tolles, hast ein Glow und ein bisschen Botox. Botox ist bei Schwulen natürlich auch, ist auch klar bei mir auch, also logisch. Nein, aber ganz spannend finde ich das Thema polyamorös oder offene, weil also ich glaube, da musst du schon differenzieren. Es ist ja was anderes, ob du versuchst, eine Dreierbeziehung zu führen oder vielleicht auch zu akzeptieren, dass dein Partner nebenbei auch noch eine andere Beziehung hat. Das meine ich aber nicht, das wäre auch bei uns nie gegangen. Da hätte mein Kerl, also ich hätte keinen Bock drauf gehabt, das wäre mir zu anstrengend gewesen und er hätte es nicht erlaubt, weil er da sehr dominant ist. Es geht wirklich nur um das Thema Fremdvögeln. Weißt du, man hat eine Beziehung, die ist gesund, die baut auf gleichen Werten auf, man hat eine glückliche Beziehung, aber der Sex ist halt nicht mehr so spannend, deswegen hat man seine Befriedigung woanders. Das ist das Thema, worüber, dass ich spreche, egal ob man schwul oder hetero, das ist ja ganz wurscht. Genau und ich finde, das kann man, wenn man das gemeinsam bespricht, total gut ausprobieren. Der Zauber ist, das weiß ich aus einer vorherigen Beziehung, wo wir so disconnected waren, dass ich tatsächlich viel Bestätigung und Connection außerhalb gesucht habe. Ich weiß nicht, ob es das schlechte Gewissen war, aber ich fühlte mich immer nach so kleinen Seitensprüngen und das waren keine Affären, sondern wirklich so, fühlte ich mich immer erfrischt und wieder mehr bereit, mich mit der aktuellen Beziehung auseinanderzusetzen. Das ist vielleicht einfach, weil man auch wieder ein bisschen aufgewachter war. Unglücklicherweise wollte der Partner damals gar nicht an der Beziehung arbeiten und so ist es dann an die Bündnis gegangen. Er spricht jetzt auch von deinem Mann, mit dem du zwei Kinder hast oder ist das eine ganz frühere Beziehung? Ja, das war bevor wir verheiratet waren, aber dass er nicht daran arbeiten wollte, habe ich leider ein bisschen spät gecheckt. Aber damals war ich auch noch nicht in Therapie, darum Leute, guter Tipp, geht erst in Therapie, bevor ihr euch fester bindet, please. Du hattest auch schon das Patriarchat erwähnt, weil ich immer wieder spannend finde, es durchbricht langsam, vor allem in Großstädten. Es ist ja immer noch dieses Klischee, wenn du als Mann wild in der Gegend rumvögelst und dich ausprobierst und einfach Bock auf Sex hast, dann bist du einfach der geile Hengst, der Checker, der tolle Mann, eine Frau. Ist eine Schlampe, ist es dann Slutschaming ganz schnell. Ist das auch am Besserwerden oder haben wir noch einen ganz schön langen Weg vor uns, dass Frauen die gleichen Rechte haben, eben Bock auf Sex und ich muss mich für nichts rechtfertigen, wenn ich mit so vielen Männern wie ich will und Sex haben will. Es ist ein langer Weg leider noch und ich finde aber, die Leute, die solche Frauen verurteilen, entlarven sich immer ganz wunderbar selbst und es ist mir immer ein bisschen peinlich für die, dass sie so doof sind, aber ich sage bitte, vögelt so viel ihr wollt, nur zu den richtigen Konditionen. Also auf Augenhöhe und vor allem wissend, warum ihr das macht. Nicht, weil ihr auf der Suche seid nach Anerkennung. Das ist einer der wenigen Gründe oder einer der wenigen falschen Gründe für Sex. Es gibt teilweise ja auch Sexsucht aus diesen Gründen, dass eben Menschen schon ein Problem mit sich haben und da einfach durch diesen Sex die Bestätigung suchen und aber immer wieder ins Leere auch laufen. Also sie können gar nicht die Bestätigung finden, die sie suchen, weil das wird sie nie bekommen durch den Sex. Das ist so, als würdest du dich versuchen mit Heroin in den inneren Frieden zu fixen. Das geht leider nicht. Oder mit Alkohol oder was auch immer. Also all diese Süchte haben natürlich die gleiche Funktion, nämlich Gefühle, die man lieber nicht fühlen möchte. Verlassenheitsangst, innere Leere und so weiter. Nicht an die Oberfläche kommen zu lassen, also zu betäuben und da ist Sex nicht weniger schlimm als das andere. Aber man weiß auch, dass Sexsucht ebenso Leben zerstört, wie Heroinsucht es tut. Alles mögliche. Ich meine viele Süchte. Auch Alkoholsucht kann Leben zerstören oder Spielsucht, wenn man sein ganzes Vermögen irgendwie verhaut. Paula, du bist zwischen September und November auf Deutschland-Tour und zwar mit dem Programm Sex Education, die lustigste Gruppentherapie der Welt. Worauf können sich denn deine Fans freuen? Ich habe natürlich auch schon ein bisschen was darüber gelesen, aber erzähl doch mal, was ist so der USP bei dieser Live-Show, die du hast im Herbst? Also ich bin deshalb so gerne live, weil ich so wahnsinnig gerne mit dem Publikum interagiere. Und ich liebe dieses Gefühl, dass da Menschen zusammenkommen und diesmal sind es relativ große Hallen, die einander zeigen, dass es nicht gefährlich ist, echt zu sein. Und da das Ganze leichter fällt, wenn man vorher lacht, gibt es eine Menge Einspieler, es gibt eine Menge Exkursionen in das menschliche Sein, in die Sexualität, in das Beziehungsverhalten, in das Für und Wider des Single-Seins zum Beispiel. Und anschließend gibt es wie immer die Möglichkeit, dass wir sogenannten Deep-Talk machen. Also ihr dürft Fragen stellen, ich beantworte das und es wird auch gesungen. Echt? Das ist ja geil. Sing along with Paula oder was? Genau. Ich möchte mich an dieser Stelle für die ganzen Anglizismen erklären. Wir sprechen zu Hause nur noch Englisch, darum rutscht es mir so ein bisschen durch. Mein größeres Kind war vier Jahre in England unterwegs und ich habe einen jungen Ukrainer bei mir wohnen, der spricht auch nur Englisch, darum ist es so. Okay, also dann switchst du mal, aber du, alles easy. Wir haben ja ein weltgewandtes Publikum, weil diese Podcasts, alles gar kein Thema. Aber das ist für dich auch immer nochmal so ein Thrill, eine andere Herausforderung, weil es ist ja was anderes, ob du einen Podcast machst, ob du eine Kolumne schreibst, ob du generell über das Thema sprichst als Gäste in einen anderen Podcast. Wie ist es live auf der Bühne? Bist du da manchmal so ein bisschen, oh, da geht dir die Muffe oder bist du dann inzwischen auch schon Rampensau und freust dich total drauf? Ich bin ja eher introvertiert. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ist aber so und ich kann das schon so da vor Leuten sprechen, aber mir geht ganz schön die Pumpe vorher. In Hamburg letztes Jahr, das war eine ganz doofe Location, das war in so einem Kino am Dammtor, das war riesig. Ach Gott, ja, das ist auch so unpersönlich, das ist Cinemax, so eine komische Multiplexgedöns. Und die sitzen alle so weit auseinander, hinter dir eine riesige Leinwand und die Leute gehen ins Kino mit der Erwartung, ich habe hier Popcorn unterhalten, das war richtig scheiße. Und dann war mein, war das letztes Jahr oder? Ne, es war vorletztes Jahr. Ja, glaube ich auch. Da hatte ich frisch meinen, oder relativ frisch, halbes Jahr oder so, meinen neuen Partner und, oh ja, Partner, das klingt ja auch komisch, meinen aktuellen Partner. Ja, und da war ich, also ich habe mich, das war auch mit Abstand mein beschissenster Auftritt, muss ich sagen, aber weil ich so aufgeregt war. Wahrscheinlich haben das die Fans gar nicht so wahrgenommen, du bist da. Aber so, ich war wirklich wie so eine Biene, die versucht sich aufzupumpen, es war schrecklich, schrecklich. Also, ich höre raus, es ist, aber es ist ja auch was Geiles, oder? Es ist doch was Tolles, wenn man so eine Spannung hat und dann, gut, wenn natürlich das dich ein doofer Auftritt war, es ist nicht was Geiles, aber die Spannung vorher finde ich immer gut. Also auch als die Minuten, bevor du hier in den Laden gekommen bist, ist es jedes Mal, du bist positiv angespannt, weil du nie so richtig weißt, wenn du den Menschen nicht kennst, was erwartet dich jetzt? Und funzt das und isst da eine Chemie und das ist immer, finde ich, toll, das fühlst du dich auch lebendig in der Augen. Also, ich mag das auch. Vor allen Dingen mag ich aber das Gefühl geben, dass die Leute was mitnehmen können und das ist ganz klar Ziel der Tour oder jedes Abends, dass ihr einfach da rausgeht, neuen Input habt, viel gelacht habt, vielleicht auch geweint habt und einfach happy seid, dass ihr da wart. Und wenn ihr Tickets wollt, schaut auf Eventim oder auf meine Instagram-Seite. Der Titel deines Programms sagt es, Sex muss auch Freude bereiten, muss Leichtigkeit schenken, muss einfach Spaß machen. Viele betrachten Sex aber leider auch irgendwie als so eine Art Hochleistungssport und verkrampfen sich. Da würdest du das auch gerne den Leuten in dieser Show mitgeben. Leute, macht euch alle mal locker. Sex soll vor allem Spaß machen. Wir sollen lachen. Es ist geil, aber es ist was Wunderbares und was Leichtes und nicht irgendwie, wir können und jetzt muss alles so gut passen. Ja, vor allem geht es ja überhaupt nicht darum, jemandem irgendwas zu beweisen, weil wenn man das will, dann weiß man schon, okay, es wird scheiße. Das wichtigste Tool, was ihr haben müsst beim Sex ist Spaß haben und darum, das ist natürlich auch Ziel des Abends, ich will so Ängste wegnehmen, darum heißt es ja auch die lustigste Gruppentherapie der Welt, weil die Leute auch das Thema Therapie immer noch mit so Argwohn betrachten, obwohl Therapie das größte Geschenk ist, was du dir selber machen kannst, also bei vernünftigen TherapeutInnen. Es gibt ja leider auch TherapeutInnen, die nicht so, also da muss man schon gucken, wo du merkst, oh, was ist das jetzt hier. Aber ich liebe ja, wenn die Leute in meinen Podcast kommen, also Paula Wimler und dann sagen im Laufe des Gesprächs, also ich bin da so ein emotionaler Nussknacker da drin, ach so, das hat mich meine TherapeutIn noch nie gefragt, wo ich denke, hä, das ist offensichtlich, was du fragst mit deiner. Da war auch mal ein Junge, der hatte als Kind einen ganz schlimmen Überfall erlebt, die haben die ganze Wohnung zertrasht und seine Mutter verdroschen und so weiter. Und dann sagt der Therapeut hier in Deutschland, das war in Spanien, ja, warum haben sie denn noch Angst, die sind doch gar nicht mehr in Spanien. Also so, wo du dir denkst, hast du sie noch alle? Also so Empathie und so ein bisschen mal einfühlen, das ist ja eigentlich das Nonplusultra für jeden Therapeuten, aber das sollte man annehmen. Aber das andere Thema ist zu hoher Erwartungshaltung auch nochmal. Also meinst du, dass die Leute auch mal immer wieder um die Ohren geknallt bekommen müssen, Leute, rüstet mal ab beim Thema Sex, hab nicht mal so wahnsinnig hohe Erwartungshaltungen, auch natürlich gefeuert durch TikTok, durch Social Media, wo einem immer dann die schönsten Menschen um die Ohren geknallt werden, wo alles unter Filtern ist. Ist das auch ein Grundproblem, dass wir alle so wahnsinnig aufgeladen sind bei dem Thema und an dieser Erwartungshaltung fast zerquetscht werden und das dann nie so im Real Life ist, wie wir uns das vorstellen? Genau, ja das meinte ich vorhin mit, wir müssen alle, also jeder muss mit den schlechten Seiten des Menschen und des Lebens klarkommen und nichts ist so wie auf Social Media. Also ich habe heute einen Beitrag gesehen über eine KI, die kann jetzt schon zwei Minuten Clips entwerfen. Da sagst du einfach, Alex Nebel, bitte im Weinladen deinen Podcast präsentieren und dann baut der dir das. Und das sieht echt aus. Jede bescheuerte Wunsch auch, also ich möchte irgendwie in Lederuniform oder irgendwelche bescheuerten Sachen. Und das sieht auch noch echt aus, ne? Sieht absolut echt aus. Ja, das ist echt beängstigend, muss ich sagen. Also darum, Authentizität ist die einzige Währung, die wir in Zukunft noch haben. Vergess das nicht. Um sich beim Sex wirklich fallen lassen zu können, finde ich es auch total wichtig, dass du dich selbst magst, dass du in dir ruhst, dass du dich angenommen hast. Wie lange hat es denn bei dir gedauert, bis du sagen konntest, ja, ich fühle mich wohl in meiner Haut und ich finde mich gut so, wie ich bin. Das ist ja für jeden eine Reise. Ich habe auch total lange gestruggelt, fand mich furchtbar hässlich. Wann war das bei dir so ungefähr? Weil ich weiß, das ist ein Fluss, das ist nie so, du kommst da nie so ganz an. Ja, so mit 40 vielleicht. Also hat gedauert, ne? Ewig. Und ich habe, also es gab zwei Momente im Leben, wo ich mich ganz in mir wohlig gefühlt habe. Das war immer, wenn ich schwanger war mit meinen Kindern. Und dann habe ich vor fünf Jahren, müsste es gewesen sein, so eine Sendung gemacht für Sat.1, die hieß Nobody is Perfect. Da bin ich vier Wochen nackt rumgelaufen. Das war für mich auch nochmal so ein Aha-Erlebnis. Und ich glaube, ich war schon relativ weit. Aber da wirklich festzustellen, dass mein Körper und wie der aussieht, wirklich der aller, aller geringste Wert ist, den ich mitbringe in eine menschliche Beziehung. Weil keiner sich dafür interessiert hat, wie ich aussehe. Ist da eine Speckrolle? Ist da eine Falte? Also wirklich, who cares? Ja. Bein aussieht, wenn es im Bett liegt. Ja, keine Ahnung. Aber das ist interessant, dass du es sagst, weil wir haben alle irgendwie dann irgendwelche, also nicht Makel, sondern irgendwelche, wie nennt man das, Marotten. Dass man dann irgendwie auch Dinge an sich sieht, die andere gar nicht wahrnehmen. Und das ist immer, wie sehe ich denn aus, wenn ich so mich bewege oder wenn ich von dem winkele. Das ist alles so, es ist ja nur in uns. Die anderen sehen das gar nicht. Aber indem du es aussprichst, nimmst du dir selbst die Möglichkeit, dich dafür zu schämen. Und das hat einen Doppelgewinn, nämlich wenn der andere sagt, ja, ich finde dein Bein auch immer schon scheiße. Weißt du, dass es kein sehr liebevoller Mensch ist, kannst du also direkt abbrechen die Nummer und sagen, sorry, ich glaube, das war ein Missverständnis. Oder aber lernen, dass es wirklich irrelevant ist, weil der andere mit idealerweise liebendem Blick darauf keinen Wert legt, ob dein Bein in der Weise aussieht oder nicht. Würdest du dann sagen, dass die Therapie oder die Therapien, die du gemacht hast, dass das für dich sehr wichtige Schritte zur Selbstliebe waren? Auch so ein etwas ausgelutschtes Wort, aber ich finde es auch schön. Also ich finde Selbstliebe ist was Wichtiges. Da gibt es ja auch verschiedene Ansichten, die sagen, völlig überbewertet, was soll das? Aber ich finde es ein schönes Wort, Selbstliebe. Ja, es ist vielleicht ein bisschen aufgeladen inzwischen, Selbstakzeptanz. Das ist gut. Genauso wie Glück und Zufriedenheit, was ja auch irgendwie zwei verschiedene, aber auch sehr eng beieinander sind. Glück ist hyper hyper, Zufriedenheit ist okay. Und Selbstakzeptanz erlaubt dir nämlich auch noch zu sagen, ich mag mein Bein trotzdem nicht, aber ich weiß, dass es okay ist. Und das ist total wichtig, weil du kannst auch nicht eine Beziehung führen mit einem anderen Menschen, wenn du nicht in der Lage bist, dich selbst zu akzeptieren, weil du dann, egal was der andere macht, es ihm niemals glauben wirst. Und darum ist es so schwierig und so wichtig und so weiter. Selbstakzeptanz ist wichtig, aber auch das Vertrauen in dich selbst. War das für dich auch ein Struggle? Weil deine Kindheit war ja ziemlich rough, du hast wirklich eine harte Kindheit gehabt, aber da ist es ja noch schwerer, so ein Urvertrauen aufzubauen. War das dann auch eine lange Reise und würdest du sagen, so mit 40 plus ging es dann immer mehr los oder ist das schon eher der Fall gewesen, dass du so ein Vertrauen in dich selbst aufgebaut hast? Weil du auch überleben musstest, also als Kind ja auch. Genau und ich habe mit meiner leiblichen Mutter auch keinen Kontakt mehr seit 15 Jahren glaube ich oder Quatsch 17, weiß ich nicht, also viele Jahre. Was wichtig für dich war, das war ein wichtiger Schritt, weil Blut ist nicht immer dicker als Wasser, du musst dich von Menschen auch trennen und einen Cut machen, wenn es zusehen. Genau, wenn die sich nicht weiterentwickeln, dass so Augenhöhe möglich ist oder Aufarbeitung. Und ich hatte gar kein Urvertrauen. Das Problem ist, als Kind das überleben muss, traust du dir selbst nicht. Ja. Es gibt ein, wo wir jetzt beim Thema Liebe und Beziehung und Sex sind, es gibt ein ganz prägnantes Erlebnis, da war ich ungefähr 22 oder 24. Da habe ich und hatte mich von so einem Typen weichquatschen lassen, der für ein Magazin, also ich war auf der Journalistenschule und war, er war bei einem Magazin, was so ganz hoch angesehen war damals. Und das war ein richtiges Großmaul. Ich aber dachte, wow, dass so jemand überhaupt mit mir spricht und so weiter und bin also völlig, habe mich da einwickeln lassen. Bin dann nach München gefahren, um quasi auf so ein Date zu gehen. Die Bezeichnung gab es damals noch nicht, aber wir haben uns vorher kennengelernt. Die Tür geht auf, mein Körper macht einen Schritt zurück. Heute wüsste ich, alles klar, das Bauchgefühl sagt, don't do it, das Bauchgefühl hat recht. Damals dachte ich, oh, komische Reaktion, ich muss dankbar sein, dass derjenige sich mit mir abgibt. Bin dann in eine richtig beschissene Sache reingeraten, wo ich auch zu schwach war oder nicht das Rüstzeug hatte, mich da entsprechend zu wehren. Und da musste ich immer in den nächsten Jahren dran denken, weil ich wusste, ich bin mir da selber untreu geworden. In dem Moment hat mein Körper gesagt, tu es nicht und ich habe ihn überstimmt. Und das muss man lernen, dass man das niemals machen darf, weil der Körper hat immer recht. Der Körper ist ja quasi die Fleischwerdung der Seele und der weiß, was Phase ist. Und kurz danach habe ich meine erste Therapie angefangen, bei einer richtig beschissenen Therapeutin. Das ist natürlich toll, toller Starter. Ja gut, das wusste ich damals noch nicht, aber so in der Rückschauung, meine Güte. Es gibt halt viele, die werden Therapeut, um selbst unaufgearbeitete Dinge irgendwie so zu behandeln. Jedenfalls habe ich dann, glaube ich, mit Mitte 30 fing es an, dass ich gelernt habe oder angefangen habe zu lernen, mir selber vertrauen zu können. Das war aber auch ein Prozess. Also so richtig geschnackelt hat es sicher auch so um die 40 rum erst. Und auch das ist noch im Flow. Ich wachse ja auch weiter, wie gesagt. Das Leben ist ein langer, nicht nur ruhiger Fluss, aber unruhiger Fluss, genau. Was war im Rückblick für dich die radikalste Entscheidung, die du bislang in deinem Leben getroffen hast? Meine Ehe zu beenden. Ja, die hat leider gar nicht funktioniert, weil ich mit einem Mann oder mir einen Mann ausgewählt habe, der sehr gut aussah. Und ansonsten emotional, aber nicht auf derselben Reise war wie ich, sagen wir so. Und das war alles, was ich nie wollte. Nämlich dann eine Trennung mit zwei Kindern, diesen Lebenstraum von der heilen Familie aufgeben und so weiter. Und das hat mich richtig in eine unglaublich tiefe Krise gestürzt. Also ich hatte tatsächlich eine posttraumatische Belastungsstörung, weil alles hochkam auf einmal mit voller Macht. Ich war vier, fünf Jahre gar nicht handlungsfähig. Also ich habe gearbeitet, aber ich habe, du hättest sagen müssen, die Wolke ist aber hässlich, ich hätte angefangen zu weinen. Also du hast nur professionell funktioniert in der Zeit? Ja, ich habe nur noch funktioniert und habe mich da durchgeboxt, mir selbst gegenüber. Und da hätte ich früher vernünftige Hilfe suchen müssen. Da bin ich auch noch so, weil ich dann aber auch plötzlich alleinerziehend war und der hat auch dann keinen Unterhalt gezahlt. Und ich habe Jahre gebraucht, bis ich mal zum Amt gegangen bin. Also ich bin leicht zu überfordern mit so Behördensachen, das ist einfach. Und das war die schlimmste Phase meines Lebens. Die war schlimmer als meine Kindheit, war schlimmer als alles. Heftig. Ja, und ich glaube dazu kommt, dass natürlich dann auch dieses fehlende Urvertrauen auch das noch schwerer macht. Weil wenn du so ein Urvertrauen hast, ey, ich schaffe das schon. Du hast es dann ja geschafft, du bist eine starke Frau, aber das hat es, glaube ich, noch krasser für dich gemacht. Weil du einfach nicht wusstest, wie komme ich jetzt aus dem hier raus. Ich hätte das lieber nicht gehabt. Ich hätte lieber so einen easy Weg gehabt. Aber es hilft nichts. Das ist jetzt irgendwie so mein Weg und der ist ja auch gut. Aber schön war es nicht. Nee, aber das ist eben auch das, was man immer wieder raussenden muss, auch wenn es sich ausgelutscht anhört. Das Leben ist eben wirklich auch ein unruhiger Fluss. Und wir haben manchmal auch verdammte Struggles. Es sind manchmal extrem krasse Herausforderungen. Also ich kann froh sein, dass ich, ich jammer manchmal rum, oh, mein, das ist Schicksal. Ich bin mir, es gibt so krasse Schicksale, so schlimme Dinge, die Menschen durchleben müssen. Das ist leider auch Teil des Lebens. Also sage ich jetzt mit meiner, also ich habe auch einiges, also gut, die Kindheit war bei mir auch nicht easy, auch mit meinem Vater große Kämpfe. Aber das ist alles nichts verglichen zu dem, was andere erleiden müssen. Ich habe ganz kurz, weil es vielleicht anderen hilft, also was ich spät begriffen habe, ist, dass diese Krisen deshalb für mich so schwer waren, weil ich das so persönlich genommen habe. Ich habe mich auch persönlich verantwortlich gemacht für das Schicksal meiner Kinder, das sie jetzt haben als Trennungskinder und so weiter. Einfacher wäre es gewesen, hätte ich früher schon gewusst, dass diese Krisen immer eine Botschaft beinhalten. Und aus dieser Botschaft kann man ein ganz tolles Learning ziehen. Und dann ist die Krise nicht mehr nur eine Krise, sondern einfach eine Lektion, die man erteilt bekommt, weil man vorher nicht genau hingeguckt hat. Und das hätte es mir einfacher gemacht. Aber ich höre so raus, dass du im Nachhinein sagst, ja, es war radikal und es tut dir um deine Kinder so leid. Aber letztendlich, was wäre die Option gewesen? Du kannst ja nicht unglücklich sein in einem, also das ist dann, hättest du dich ja selbst aufgeben müssen für deine Kinder. Da sind ja auch alle nur die Verlierer, weil das wäre ja irgendwann eskaliert. Machen aber viele natürlich. Und der Gedanke, denn mein Vater unmöglicherweise hat sich auch später dafür entschuldigt. Also für alle, die es nicht wissen, mein Vater tauchte erst so mit 15, 16 richtig in meinem Leben auf. Oder noch richtiger, so mit 18, 19, da haben wir dann eine Beziehung gehabt. Der sagte, nee, das macht man nicht. Man bleibt zusammen, bis die Kinder 18 sind. Das hätte natürlich bedeutet, also so ein Schwachsinn auch, dass ich den Kindern völlig vorlebe, dass man in lieblosen, unkommunikativen Beziehungen bleibt. Einfach, weil das so ist. Und dann hätten die sich natürlich auch daran orientiert. Also ich weiß jetzt nicht, was sie jetzt von mir mitgenommen haben, aber ich habe mich immer bemüht, emotional offen und durchlässig zu sein. Und auch ehrlich vor allen Dingen, dass die verstehen, manche Sachen laufen nicht rund. Und manche Sachen sind auch Fehler oder manche Sachen sind super. Aber wir versuchen aus allem zu lernen und damit das für die Nächsten besser ist. Also ich habe mir andere auch Podcasts mit dir angehört. Das ist für dich ja auch eine große Herzensangelegenheit, das Motivieren zum Wachsen, dass wir alle wachsen müssen. Also müssen ist doof, wir sollten wachsen. Das ist ja eine freie Entscheidung, aber das ist eines der wichtigsten, schönsten Dinge des Lebens, dass wir wachsen. Ich will nicht, dass ihr in Ehen geratet, so wie ich war und hinterher mit dem Nachwirkungen irgendwie zu tun habt. Entscheidet euch für euch und für den richtigen Partner oder Partnerin, egal ob es mehrere werden im Leben oder nicht. Aber zumindest niemanden, der so falsch ist, wie dieser Mensch für mich war. Die meisten Menschen haben großen Respekt oder vielleicht sogar Angst vor Wandel, vor Veränderung. Wie war und wie ist das bei dir? Gar nicht mehr. Ich hatte früher, ich weiß noch wie, wobei das so ein bisschen was anderes ist, aber ich mochte auch nicht, wenn Leute stritten als Kind. Habe ich immer gesagt, streitet euch nicht, weil ich für mich bedeutete Streit gleich Trennung so. Ich bin total aufgeschlossen im Wandel. Ich würde auch wahnsinnig gerne noch mal im Ausland leben. Leider wollen die Kinder nicht mit und der Partner auch nicht, noch nicht. Mal gucken, wie sich das hier noch so entwickelt im Land. Ich bin auch schon mit einem halben Bein auf Ibiza. Ibiza ist eine Enklave. Das ist ein doofes Beispiel, weil ich meine, Ibiza ist eigentlich, es ist eine wunderschöne Insel, aber es ist eben auch eine Parallelwelt. Also es ist halt nicht the real life insofern. Ich hätte gerne real life, aber nochmal irgendwie in Frieden, wo die Leute auch wissen, dass Hass niemals die Lösung ist. Hass hat noch nie, noch nie irgendwas Gutes herausgebracht. Und darum verstehe ich nicht, warum alle so begeistert sind davon. Na alle nicht, es gibt ja noch mehr. Viele, viele, viele. Ich meine, in Thüringen, in Mecklenburg habe ich neulich nachgeguckt, 37 Prozent. Was ist los bei euch? Nichts, das ist das Problem. Du hattest vom Bauchgefühl gesprochen, was ich auch sehr schön und spannend finde. Gerade mit diesem Impuls, dass du bei deinem einen Date so unbewusst einen Schritt zurückgegangen bist. Ist das für dich wichtiger denn je, auf deine innere Stimme und auf dein Bauchgefühl zu hören? Das ziehst du auch wirklich straight ahead durch? Ja. Also da gibt es auch keine Kompromisse bei Fräulein. Es sei denn, ich muss. Es gibt ja immer Leute, mit denen muss man sich rumplagen, weil das beruflich jetzt halt so ist. Du kannst die Menschen auch nicht aussuchen, aber ich versuche die Zeit, die ich mit Leuten verbringe, doch auf die zu beschränken, bei denen ich ein gutes Gefühl habe und die ich mag. Und nicht, weil die größeren Applaus geben oder weil es da lauter ist oder bunter oder wilder oder was weiß ich. Und darum habe ich, also mein Freundeskreis ist relativ klein. Und ja. Tja, aber du, also ich finde, Freunde ist auch so ein Begriff, der überstabaziert ist. Es gibt liebe, nette Bekannte, die kann man auch gerne mehr haben, aber Freunde, mehr als fünf geht eigentlich gar nicht. Das ist so das, was mein Learning auch ist. Alles andere ist dann selbst Betrug. Ich habe so viele Freunde, 100 Freunde. Wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal getan? Also als Kind, als Jugendlicher macht man ständig First Times. Der erste Sex ist nur jetzt nochmal den Bogen zu spannen zu dem Hauptthema Sexualität, Sex. Aber je älter man wird, desto schwerer tut man sich und hat man ja auch ein bisschen Schiss manchmal vor ersten Male. Ist natürlich die Frage, gelten kleine Sachen auch? Alles. Ich habe vor einer Stunde zum ersten Mal alkoholfreie Champagner getrunken. Guck mal. Same here. Ja, und ehrlich gesagt, jetzt, wo wir die Flasche ausgetrunken haben, der erste Schluck war grausig, aber dann ist das Ding richtig gewachsen. Kannst du mal sehen, da müssen wir uns mal nachher abfotografieren. Jörg Geiger, 1797 C-Punkt. Ich mache jetzt, deswegen schmeckt er ja zuerst auch so, weil er von 1700, was war das, 97? Wahrscheinlich aus dem Keller gegraben. Genau, haben sie irgendwie von Louis XIV irgendwie, oh, der hatte da schon geliebt, ich weiß gar nicht, Geschichte war ich immer schlecht. Aber das ist so ein schönes Beispiel, finde ich. Ja, man muss halt den Blick für die kleinen Dinge haben, aber was ich euch sagen kann ist, oder dir, was mir aufgefallen ist, was mich total frei macht, ist das Gefühl, dass mir die meisten Sachen inzwischen scheißegal sind. Also, was die Leute von mir denken, was sie für blöde Sachen denken und so weiter. Was sie reinprojizieren, Hater etc., ne, alle möglichen. Also, und ich bin so mutig geworden, das finde ich ganz toll. Da habe ich neulich gedacht, potzblitz, das ist richtig cool, weil ich da auch nicht mehr so viel drüber nachdenke. Ja, ich glaube, das ist der Segen des Alters, ehrlich gesagt. Ja, mein Gott, ne, also wir in den 50ern, das ist, finde ich, aber das wäre nochmal ein anderer Komplex, ich liebe es, über das Älterwerden zu sprechen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich würde gerne nochmal zum Thema inneres Kind mit dir kommen, weil du hast nun wirklich eine scheiß Kindheit gehabt, da wollen wir nicht drum rumzureden. Man kann es natürlich im Rückblick vielleicht ein bisschen verklären, aber es war keine unbeschwerte Kindheit. Fällt es dir umso schwerer dann auch mal so ein inneres Kind lebendig zu halten? Weil das finde ich auch was sehr Schönes, wenn man mal kindlich ist und mal naiv und sich freut an den einfachsten Dingen und diese kindliche Unbefangenheit sollten wir viel mehr mal raushängen lassen. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Das liegt aber auch daran, dass ich, also ich glaube, dass ich mit Kindern, also Kinder großgezogen habe und ich sowieso immer gespielt habe, aber ich spiele auch so gerne. Ich bin jetzt überhaupt niemand, der total streng, steif oder sonst was ist und ich habe einen Partner, der hat das auch. Der hat einen sehr großen Spieltrieb und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, weil das Leben ist schon ernst genug. Ich habe ein schönes Beispiel dafür. Ich habe neulich mein erstes großes Retreat gegeben, also 25 Frauen, wir sind nach Mecklenburg gefahren, aber ein sehr schönes Hotel da und dann erzählte eine, dass sie gerne rutschen würde, so auf so einer Rutsche, weil sie wusste, Rutschen macht ihr totalen Spaß. Mir hat Rutschen zum Beispiel nie Spaß gemacht, weil ich als Kind immer so blöd hingefallen bin und ich fand Rutsche scheiße. Oder ich bin manchmal so hängen geblieben, ich hatte die falschen Klamotten, dann kennst du ja auch, man rutscht nicht, sondern man ruckelt da so runter, völlig bescheuert. Auf jeden Fall hat sie das total beschäftigt, dieses Rutschthema und dann irgendwann hat sie einfach das Auto gepackt, ist ausgestiegen, ist rüber gelatscht und ist gerutscht und hat festgestellt, dass ihr das großen Spaß macht. Dann ist sie nochmal gerutscht und das hat für einen totalen Aha-Moment in dieser Gruppe gesorgt, weil das den Leuten, glaube ich, gar nicht klar ist, wie viel man sich so verbietet an Spaß, an kleinem, kostenlosem Spaß, bloß weil man denkt, ich darf das nicht mehr, weil ich erwachsen bin. Also hört niemals auf zu spielen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch fürs Hirn und steht vor allem dazu und es gibt kein Gesetz, was beschreibt, dass Erwachsene nicht mehr spielen dürfen. Und auch eines dieser Spielarten ist natürlich Sex, wenn ihr euch nicht rutschen wollt. Wenn du jetzt auf deine 50 Lebensjahre zurückblickst, was ist da für dich die Essenz, dass du heute sagen kannst, ich führe ein nicht glückliches, weil das Wort finde ich unpassend, ich führe ein zufriedenes Leben. Das schnurrt bei mir. Ich bin mit allen Tiefen, die es auch trotzdem immer wieder, niemand führt das perfekte Leben, aber ich bin zufrieden, so wie es jetzt ist. Was waren da die Bausteine für, dass ich das heute sagen zu kann? Ich weiß, es ist eine große Frage, es ist ein bisschen schwer, das zu komprimieren. Ich versuche das in einem Satz zusammenzufassen. Also sicher die Auseinandersetzung mit mir selbst und dass ich mich endlich verstehe. Und weil ich mich verstehe, kann ich erkennen, dass das, was ich tue, immer eine Ursache hat. Und das ist eine ganz große Erleichterung. Sehr inspirierend. Also einfach auch das, was wir vorhin schon mal hatten, mal in sich auch hineinhorchen, auf die innere Stimme hören, aber eben auch alles dafür tun, dass man wächst, dass man sich weiterentwickelt. Und Weiterentwicklung, manchmal gehört eben auch Schmerz dazu, gehört dazu, dass wir auch in die Abgründe unserer Kindheit, Psyche, was auch immer, absteigen. Es gibt tausende Klugeländersprüche, Lebensgredos. Fällt dir spontan irgendein Spruch an und sagst, ja, da erkenne ich mich ein bisschen wieder. Das finde ich ein schöner Spruch, der fürs Leben passt. Ich bin ja in Bonn aufgewachsen und darum sage ich, es hätte noch immer gut gegangen. Und wenn du der 18-jährigen Paula etwas ins Ohr flüstern könntest, was würdest du ihr für einen guten Rat geben? Du bist gut, so wie du bist und all das, was noch weh tut, wird irgendwann ausheilen. Und außerdem, du wirst nie wieder so schlank sein wie mit 18. Und es ist okay. Paula, ich danke dir von Herzen, wünsche dir ganz viel Erfolg für deine Live-Show Sex Education, die lustigste Gruppentherapie der Welt. Viel Erfolg auch weiter für deine Podcasts, auch mit Bülent Ceylan. Wie heißt es? Ich kenne den Namen immer durcheinander. Bülent Ceylan ist richtig. Die Bubble-Net-Folge über die Fetische da. Also unbedingt einschalten. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Danke, dass du heute da bist. Mir auch und danke für die Einladung. Tschüss. Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Bis nächste Woche.